wo sie uns also bist du auch so der klassische als stärke und gesunde ja wird schon passen muss ja nur draufhauen genau ja ja eigentlich eigentlich schon jetzt kann man auch schon beruhigte schwingen willst du ab hier weiter der wüffel gestalt doch ganz toll geworden ein bisschen toter kann nicht mehr so gut werfen am besten doch mit marmelt das war jetzt gefährlich finde ich aber irgendwie funktionieren ja nicht dann ernst was soll denn der bist die ziehen aber schon deutlich mehr ab ja und sonst geht es gut oder was nein keine auszauberung gehabt nein hab sie macht ich glaube ich schon mal bereit also nein Nein, den schaffst du jetzt. Der hat keine Geheilmittel mehr. Der kann doch nix. Guck mal, wie schnell der da rumhaut, ey. Ah, der kann doch nix. Aber gut, vielleicht kann er noch was. Alter Schwede, ey. Mit der Axt, wenn du die auch... Ne, das war dumm. Das Ding denkt sich wirklich ja, you too slow. Echt. Scheiß Dreck, ey. Wenn du die Waffe wechseln willst, kannst du es... Eins gedrückt halten und dann links-rechts. Echt rechts? Echt rechts? Genau. Ne, ne, nein, also... Wir sind nicht mehr Screenfighter, wo du so den Kopf rumhast. Gnattes Kraten und nehmen auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir die Sache wieder. Dann drück mal R. Eins? Ja. Und jetzt drück einmal nach links. Nein, mit dem... Mit dem Arsch! Jetzt hast du deine Katana wieder. Okay. Gucken wir mal. Du musst doch wieder Penner an der Gasse hier herren, ne? Entschuldigung. Ich hab gedacht, der hat Dosenpfand dabei vielleicht. Was wäre der? Dosenpfand... Oh, was ist das denn? Der auch. Das war nicht so gut. Lässt dich da ankacken, ja? Der hat Durchfall. Haben wir gestern festgestellt. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? So ein kleiner Leichenblasser, der ist da nicht her gelaufen. Der hat auch immer, ich glaube, den Sarg reingeschoben. So ganz zu Anfang. Von Seiten. Ich kann mich nur noch an den 1-2-3-Kid erinnern. John Michaels und Yokozuna vielleicht noch. Brad Hitman Hart. Richtig, ja. Das war noch Zeit. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Entschuldigung, dass du noch Zwischenpfunkel bist. Fronig. Bin ich jetzt sterben? Entschuldigung. Du musst dich heilen gleich. Schon wieder. Kann ich dagegen was machen? Magst du die so sehr? Liebst du die? Küsschen wollte ich haben. Mit guten Freunden gib mal ein Küsschen. Richtig. Kann ich dagegen was machen, wenn die... Theoretisch ja. Nach unten drücken. Genau. Okay. Also, steuert kurz. Ja. Ich guck schon noch zurecht. Irgendwann. Heute. Abend. Ja, Ruben. Ich meinst du vielleicht wieder spielen? Soll ich den Ding probieren? Ich mein... Ja komm, ist egal. Ich mein, sind ja nicht viele sehen bisher. Kannst du ja gleich wiederholen. Ansonsten gehst du ein Stückchen zurück. Ist fast ein Level, dass du da voll hast, ne? Das Ding ist, du bist ja schnell. Ich hab ja gerade versucht, nur langsam Waffe einen schnellen Gegner umzuhauen. Mit dem Katana bist du ja tatsächlich... Du bist ja schnell tot meistens. Das ist das Problem. Du kannst ja auch ne schnellere Haltung einnehmen. Ja. Ja. Ist das schon mittler oder schnell? Ja. Ja. Es wartet da schon auf dich. Oh? In seinem Bee-Bis-Nest. In seinem Bee-Bis-Nest. Ja. Ja. Soll. Na dann los. Ist meine Schuhe geklappt. Osa, osa. Super Slatterfucker. Kann vergessen, wenn es nicht kriert. Kann aber nicht vergessen, wenn man stirbt. Nee, wir wollen das glaube ich wirklich warm. Lass uns hier die Vision. Wir wären laut Shed, wären wir zu langsam durch die dicke Armor. Ist das so? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, wenn wir uns da durch sterben. So. Ich nehm ne andere Waffe. Entschuldigt. Ich... Der war schön. Ja. Der war so ein Snoover. Der war so ein Snoover, ne? Rechts ist da noch Freddy, oder? Ja. Da ist er noch. Freddy Busbau. Der wartet hier wie um den Bus. So. Wo? Wo? Guck mal. Ich umgeh dem einfach. Ja. So, jetzt sind wir am Anfang. Bei ne tolle Abkürzung. Toll. Super gemacht, oben. Scheiße. Impf. Ja, die vorherige war bei 44 Gewichten, nun seid ihr bei 75 und die schlagdeutsch langsamer zu. Aber versuche ich den noch und dann... Die werden noch... Hä, komm her. Ja. Hier, Cedric! Fuck you! Okay, das war ja sehr easy. Einfach, das wäre aber langweilig, oder? Ich habe jetzt immer gedacht, um das zu überspringen, bevor wir uns hier durchsterben. Oh, 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 oh. Ja. Oh, dann stimmt er einfach bei dem. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Ich kann mich nicht bewegen! Jetzt nicht sterben! Wollte ich dir noch sagen! Mitten im Haus und keine Ahnung wo! Tja! Möchtest du noch mal? Mach doch noch mal! Ne 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 ne! Ach der eine Vogel wäre ja auch nochmal! Oh nein! Scheiße! Ja gut! Ich habe jetzt nur geahnt, dass da einer ist! Ja, schön! Aber ich könnte doch nicht an, dass wir... Schön rufen! Aber welches Haus war es denn jetzt? Das ist ja die Frage! Komm erst mal wieder so weit! Tut mir leid, wenn ich das so sage! Arschgleiche! So, hier! Der Kiste habe ich schon mal gezeigt! Gibst du den Film Mama? Das ist ja ekelig, wie der sich bewegt! Ne! Kann ich glaube nicht! Die Figur sieht da so aus wie... Wie die... Wie die kleinen Kinder, diese... Die dann so krabbeln, die alleine aufwachsen in diesem Haus und dann immer nur Kirschen zu essen kriegen! Du weißt ja Horrorfilme und ich... Keine Liebesbeziehung! Warum sind wir eigentlich nicht in den Rigs gegangen? Weil... Der ist scheiße! Und keine Lust hattest! Glaube ich! Ja, ich hätte echt super gerne gesehen! Wie fällest du eigentlich... Split? Ging so! Ging so! War okay! Aber ich hatte mir sehr viel mehr gehofft! Ja! Definitiv! Und auch dieses... Ja, dieses Ding am Ende! Wo es vorher geht! Super toll! Super geil! Hab ich auch... Ah ja! Ging! Vielleicht liegt das auch daran, weil man zu hohe Erwartungen auf einmal hat! Kann auch sein! Vielleicht habe ich zu viel erwartet! So! Was kommt als nächstes? John Wiggler! Ach der ist weg! Ach der Kerl ist weg! Das ist super gut! Das ist gut, ja! Das ist gut! Das ist gut! Hast du ja leicht gespielt! Gleich! Überraschung! Ich habe ihn irgendwo woanders versteckt! Ihr Trottel! Bogen vielleicht? Ja, vielleicht! Ich glaube ich so nenne! Jetzt hast du gar nicht mehr! Oha! Macht nix! Mr. Lava Lava! Übrigens du stirbst gar nicht! Ja! Das finde ich sehr geil! Also du kannst übrigens auch nicht heilen! Das ist ja auch super! Doch 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 doch! Entschuldigung! Ja! Den rechten! Den R2 quasi! Ja warte! Und dann ist hoch! Genau! Ah ja! Ah ja! 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 Deswegen bist du so disziplinlos. Ja genau, die haben ja alles ausgetrieben. Du warst echt beim Bund. Wo warst du stationiert? In Börferden, Barme am Walde. Elftes Transportbataillon. Aber ich war mehr in Uniform als Soldat. Echt? Ja, nach der Grundausbildung war ich beim Kompaniedruppführer und habe Dienstpläte geschrieben und sowas. Also ja, war es halt im Büro danach. Aber die Grundausbildung, die war scheiße. Die war harte, hab ich mir sagen lassen. Neun Monate oder musstest du noch zwölf? Zehn. Zehn Monate. Der Jager nach mir hat neun Monate gemacht. Dass wir die direkt nach mir angefangen haben. Wie hast du die Zeit empfunden? War gut? Ja, es war eine schöne Zeit, aber ich musste sie noch mal haben. Ja, also du triffst echt eine Menge bekloppte Leute über den Bund. Scheiße. Aber gerade die Ausbilder, die haben alle Latten am Zaun. Da weißt du auch warum die zum Bund gegangen sind. Ich hoffe, da ist jetzt keiner vorhanden. Null Zuschauer. Oh naja. Warte mal, wirklich, das ist nochmal die Waffe. Das ist jetzt viel wichtiger. R1 und dann links oder rechts? R1. Genau. R1, genau. Doch, R1. R1. Und dann? Jetzt? Genau. So, jetzt. So. Dann den Bogen schluss einfach machen. Ja, aber im nachhinein war es lustig. Also ich möchte die Zeit nicht mehr sehen da. War schon cool. Nicht springen oder Musik. Warte mal, die Pfeile eben schnell? Wenn du da vorne, da, da musst du in das Loch rein quasi. Und dann sind da zwei Gegner. Den musst du dann halt Stand halten. Warte. Da ist unsere Leiche. Und dann kannst du runter und dann... Vierecke. Nein, das geht gar nicht. Das ist eher so geil. Es bleibt wie ein Rasenmäher durchziehen. Da wird kein Flammer da jetzt haben. Stab ich zu mir. Ah. Einfach den Gegner keine Chance mehr lassen. Hey. Weiter geht's. Übrigens Woven. Ein bisschen rausgekommen, möchte ich nur mal eben sagen. Jawoll! Fabian, also Fox ist schon ein geiler Macher. Jetzt den nächsten Gegner und ich sterbe. Wir haben fast zwei Level in der Tasche. Aber keinen Druck, ne? Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Und langsam halt, du hast so Vorteile. Hey! Aber wie alt? Jetzt! Nein! Nein! Ich hab mich nicht alt. Ich kann aber sterben. Du musst nur bis zum Haus kommen. Ja, scheiße. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Thomas. Ich grüße dich. Scheiße. Okay, dann müssen wir das jetzt machen. Das kann vom Herzen, ich schwöre. Ja. Ich hab's gehört. Nein! Ich lass mich anrülpsen hier. Probiert mal die Schuhe. Hat er gar nicht mal. Uh! Eine? Okay. Das ist eher zum Polen, oder? Cedric? Cedric hat gerade geschrieben, wie sollen wir die Schuhe ausprobieren? Okay. Aber 100 haben die abgezogen. Das war ein bisschen so berauschend, oder? Das hat jetzt nicht so viel gebracht. So, ja. So, ja. Da sieh ich die Fresse an. So, tschuss. Brauch nicht. Hiesoo. Hiesoo. Das war's für heute. So Hubert! Das war gut, das war gut! Eigentlich stinkt eigentlich, aber das war gut! Das war richtig geil! Das war richtig, richtig geil! Hier kommt noch Papa Schlumpf, ne, hier, in der Ecke? Komm her los! Du Ruben, kein Druck, ne, aber... Ich darf gleich wieder, oder was? Nicht mein nur, die Seelen! Ach, die Seelen? Du kannst dich noch mehr davon tragen, okay. Kayakudama, was heißt denn Kayakudama? Ich bin nur Genki-Dama! Genki-Dama, ja genau! Darum schiebt wohl über die Fangen! Okay! Wir binden das jetzt einfach mal! Wir bauen die Steine mal weg! So, wir haben hier die Schuriken zum Pullen! Mhm! Achso, ich sollte da hinten noch mal... Warte mal! Wow! Bisschen mehr Begeisterung! Ja, das war eine Riesen-Explosion! Wow! Wie die mich beschimpfen... Wie beschimpfen die uns denn? Wie beschimpfen die uns? Wie? Ah! Ah! Jetzt muss ich aufpassen, ne? Irgendwie sieht da aber einer, glaube ich, oder? Nicht schlecht. Lebt! Hauptsache, wir kriegen die Seelen wieder. Guck mal, 6.000, Alter. Sind Gott sei Dank nur 2 Level. Lebt bitte nicht sterben. Der nicht fehlt, glaube ich, Null. Ja. Gott sei Dank habe ich das stärkere Gefährt. Gott sei Dank, ja. Ich habe Angst, ich habe jetzt hier weiterzulaufen. Ich bin bei dir oben. Ich hoffe, das hilft dir irgendwie. Irgendwie... Ah. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwie einfach drauf, ne? Das ist, äh... So eng räumen ist das schon ziemlich fies. So, ich mache nur denk Jennifer. Aber ich fühl fach gerade auf, obwohl ich das Japanische höre, ne? Ich habe immer noch die Fotos von ihr aus Yayquato. Whoa, naja! War das jetzt gerade ein Trick? Du wusstest das, oder? Nein! Wir spielen doch zusammen! Wir spielen doch zusammen! Oh! Was ist das denn? Das ist ein Yuki. Yuki? Zombie. Das müssen wir uns mal immer merken. Die Bilder hast du immer noch nicht. Ja, warum machst du die denn immer noch nicht? Ja, weiß ich nicht, weil du nicht damit rüberkommst. Aber ich glaube, habe ich auf dem Handy oder so? Ja, immer noch. Ja, komm mal her. Warum so dich her, ne? Hihi, komm mal her. Nee, war Spaß. Wo führt uns der Vater hinten hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh! Wir müssen da rüber, ne? Haben wir jetzt. Oh, da hinten ist wieder so ein... Oh, siehst du das? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Da hinten sind da drüber alle. Siehst du das? Ja, ja. Ja, ja. Das ist eine gute Frage. Kann ich da rüber springen, Marco? Kann man springen? Offensichtlich. Kann es nicht. Scheiße. Jetzt sag ich nicht für mich. Das machen wir. Ja. Nein. Ich bin... Ihr habt ihr den? Das ist ja. Nicht so. Ich bin... Ich bin... Nicht so. Kann es nicht. Ich bin... Nein. da gibt mir richtig die richtige probleme kein elixir mehr du weißt ganz genau dass jetzt ein bisschen da so wir holen es erst mal die truhe was drin ist der ich glaube ich übrigens gerade getötet ja wir haben rache genommen auf jeden fall ja die dama wir gucken jetzt mal ob wir was schönes tragen können